Das Innere von der sieht schrecklich aus, krass. Mein Pfeel. Das ist ne Vespine, ne Vespine, Vespine. Ich hab das angekriegt, geh weg, geh weg, ich hab das angekriegt, geh weg, geh weg, geh weg. Da ist noch eine Vespine. Naja, toll, die Valera. Hä? Leute, ihr looted und ich kriegst das auch, das ist geil. Ich wollte grad sagen, das gilt für alle, ne. Ein Crest-Trich. Der ist krass, das hier. Aber Dinger gehen gut, XP. Ich kann das Pfeel nicht looten. Ich auch nicht. Naja, dann muss ich das looten. Das Problem hatten wir das letzte Mal auch, wo wir ausgeschieden zusammengespielt hatten. Ja, dass irgendwie nur der andere das looten konnte. Das kann ich nicht looten hier. Ja, das hab ich grad gelootet. Ach nee, dann kann es jeder einmal looten, oder ist ein Teil raus. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich nur noch Level 14 erreichen. Um ne andere Quest zu machen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ach, kann zuhören. Ich brauch noch einmal so ein Blau-Kiefer-Ding da. Klebespeichel. Ich brauch noch drei. Ja, dann gilt das nur für ein... Äh, einzeln. So, die Quest habe ich. Jetzt fehlt mir noch ein so ein Pflege. Kannst du die nicht looten? Doch. Also, ich hab alles. Mir fehlt noch ein so ein Pflege-Vieh. Okay. Oh mein Gott, ich bin sie doch ein bisschen. Hi! Ist der nicht auf der Map? Pissi! 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 Ich seh dich! Ist gut! Bist du Priesterin? Nein, ich bin Kriegerin. Kriegerin? Mhm. Ich bin mit Heilern nicht klargekommen. Ich bin mit Heilern nicht klargekommen. Hast du alles? Mhm. Na dann. Ich geh den Toter da drin. Der ist süß. Ich wart beim Tor. Ach, du bist schon beim Tor? Ich bin die ganze Zeit mit Tyrox hinterher gerannt. Boah. Vertrau niemals. Wo ist der? Ich mein... Hier. Der ist tot. Oh mein Gott. Im Purpose tot. Oder verschwunden. Nee. Den kannst du wieder neu beschworen. Aber frag mich nicht wie. Da-di-du-di-da-di-da-di-da-di-du. Ich spreche erst bei dem da drüben da. Wo ist Gammel? Den spreche ich gerade an. Wo ist Gammelfleisch? Kriegt die etwas von mir? Die... Ja. Als stor. Edge. Wir sind schon Level 13. Das sind Glück. Oh. Hast uns grös. Seit starken moins. Ich bin auch in Level 13. Erstatte Hutt Bericht. Wo ist's'n Hutt? Der ist oben, da wo wieder diese Halbnackte rumläuft, den wo wir vorher angesprochen hatten. Yay, ich bin level 14. Du jetzt auch. Ja. Ähm, du musst es äh, sprecht mit Grudrit. Wo ist der? Da unten irgendwo. Hey Rux, bist du auch so weit? Wo ist es da, hä? Hast du alle Nebenquests abgeschlossen, beziehungsweise angesprochen? Glaub schon. Wo bist du dein Level drin? Oh, hier ist noch Ena mit blauem. Blut für Blut. Sprecht mit Flugleiter. Äh. Ja. Ich werd auch. Der Wind weht heute besonders stark. Bin bereit. Ich fliegt den ersten Flugtraining. Ah, das ist da oben. Ja, aber wie komm ich da hoch? Äh. 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 Große Angegern zu werden müsst ihr. Lukas Bilder. Genau. Wie komm ich da hin? Der Wind weht heute besonders stark. Viel Glück. Ja, wie bist du da hochgekommen? Ich bin einfach hochgesprungen. Was? Was? Äh. Äh. Kriegst du das hin? Nö. Na toll, jetzt bin ich auch wieder unten. Ach, da bekommt man ja so einen Schaden, Mensch. Hä? Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ach, hier über die... Ne, ich bin an der anderen Seite. Ich hier, oder? Ich bin ins Loch geplumpst. Was ist das denn? Ey, wir wurden gerade angezeigt, dass ich noch eine Minute habe. Ja. 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 Aber wie steuert man das? Äh. Ich hab das gef... ...nuch das... ...und hab's... ...gelaufen gelernt. Makro war's nicht. Ich bin auch darunter gefallen. Hahaha. Äh. So. Jetzt, äh. Ja, gut. Oh, oh. Ausruhlen. Zehn Sekunden hab ich noch. Ne, ich auch. Ich versteh das nicht. Hä? Oben rechts. Aber wie steuert man? Ähm. Äh. Äh. Quest. Fraktion. Fertigkeiten. Ich hatte doch da mal irgendwas. Nein, nicht runterlaufen. Hans Mod.. Ähhalgh. O? 欸, werdet. 俺 weiß wurde. Was blankiert der Minute. Äh. Oder so. Hä. Was macht ihr gerade? Ob nix funktioniert. Also das gleiche wie ich. Mhm. Versuch irgendwo hochzukommen. Ähm. Wie seid ihr da hochgekommen? Steuerung. Ähm. Nee. Ihr seid überhaupt klar. Ist ganz einfach. Einfach das Flugssymbol anklicken. Was? Also den Ring, wo wir hinwollen? Äh, nein. Das Teil, was unten rechts ist. Ja? Der Wind fliegt heute besonders stark. Dann fliegst du. Ja, aber irgendwie muss man doch hoch und runter fliegen können. Ja, indem du es anklickst. Du klickst dieses Flugssymbol, was vorher, äh, äh, da, was hier vorher, da, äh, was halt da auch abläuft, wenn wir gleiten. Das einfach anklicken. Und dann fliegt man. Ja, und dann gehörst du einfach fliegen. Obwohl. Ist halt nicht, ist halt nicht immer erlaubt. Ach toll. Ich hätte es vielleicht erst aktivieren sollen, wenn, äh, Seid ihr da hochgekommen? Klick unten rechts, dieses, äh, Umschalten, Flug, Landung. Der Wind weht heute besonders stark. Okay, ich bin soweit. Ich habe es gemeistert, dank dir, Schatze. Wo war jetzt dieser Flugbegleiter? Hier oben. Flugtransporter Gilfie, so. Der ist da. Sprich mit. Äh, ja, dann. Gilfie, wo bist du? Was sagt meine Liste? Ja, geht in Ordnung. Ja, gab ein bisschen Money. Ich sollte jetzt über dem stehen, aber, hä? Wo ist der? Was, der Gilfie ist hier unten, äh? Hier unten ist, wo kommt man da runter? Die Treppe zum Ausgang runter? Äh? Du musst mit Gilfie reden, oder? Ja. Ja, komm mal zum, äh, Ausgang, wo wir rausgegangen sind zum Kämpfen. Da unten ist er. Das ist da drüben. Oder? Hä? Das ist da, wo man allgemein weiterkommt. Da. Ich bin voll in falsche Richtung. Ja. Der Tyrox rennt hier hinterher. Ich sehe das auf der Map. Hä? Ja, der Tyrox fliegt eigentlich nur rum. Ach, nee, der läuft hier. Ich versuch gerade irgendwie was. Ja, ähm, dann kann man da runter. Ach, da! Ach, da. Oh, mein Ding gibt mir ein Geschenk. Dein Bring? Ja, ich habe ein Geschenk bekommen. Cool. Da ist ein Mjölschatz drinne. Und in dem Schatz ist... ...Membranverblasstes drinne. Wie hießen die nochmal? Äh, Mjöl. Äh, du siehst doch unten neben dem Ding, was zum Fliegen ist, diesen blauen Pfeil mit dem Grinsen drunter. Mit dem blauen Pfeil, ja. Das klickst du an und dann steht dort die Mjöl-Liste. Das klickst du an und dann kannst du beschwören. Ähm, Mjöl-Liste. Ah, rufen. Cool. Hat das auch wahrscheinlich was aufgesammelt. Willst du eigentlich mit dem geredet? Ich denke, ja. Ich hab schon. Mhm. Ich hab auch mit dem gewerdet. Bei Tyrox, keine Ahnung, der rennt hier planlos umher. Ich spröse... Beim Flügel hat es schneller. Es ist halt auch nicht überall erlaubt. Wie fliegt man auch mal? Und das Zeichen anklicken. Achso. Ahhhh. Der Wiederaufbau ist noch in vollem Gange. Deshalb können wir keine Nachrichten aus weiter Ferne empfangen. Ja, ich hab immer noch nicht rausgeflogen. Ne? Okay. Hat wahrscheinlich nur die Storyline weitergemacht. Ah. Ne. Ah, da musst du ja trotzdem fliegen können. Ich hab bis, äh, bis den Freunden. Ne? Ihr seid also auch angekommen. Also da, wo wir noch nicht diese Fliegen haben sollen. Oh, schöne Schwule bekommen. Die sind besser als meine derzeit. Ja, meine auch. Äh, spielt in Buzzer die Regionsquests durch und erreicht Stufe 14. Äh, bin ich doch schon lange. Was ist denn hier die Regionsquests? Mir wird auch nichts mehr angezeigt. Ja, das ist in einer anderen Welt. In Belusern. Da sind wir noch. Wir sind in Belusern. Ach, das ist das Lager. Wir sind in der Festung. Da müssen wir bestimmt hier langlaufen.